Musik 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 Das heißt du warst da schon? Das wird so äh letztes Folgen schon ausgeräumt Wer? Ich! Ja! Da war eine Cointrenne Wo wir zurück übergeschritten haben Achso stimmt Was hast du bekommen? Oh Gott Nein, sehe ich auf Achso Hast du jetzt da echt verkackt? Hm Wie, was machst du jetzt? Wom fliegst du jetzt da hoch? Oh, haben sie gerade die Erde kaputt gemacht? Sorry Hey Tut mir leid Oh, komm! Oh, komm! Was machst du? Wir müssen wohl den Exprung hinkriegen Ja, ja, sehr gut Jetzt kommen deine Lieblingssprünge Geil Geil Hammergeil Auf gehts, palt dich streng dich an Ja, doch Das ist ja nicht Gib mal aus dem Game Mode Auf gehts Auf gehts Ich feuere dich an Ja Weiter gehts Auf gehts Kannst du ruhig was sagen Party Sag doch was Komm Ich soll den Baum nicht kaputt machen Magma Magma Alter Machst du den ganzen Baum kaputt? Wo spawnt die überhaupt? Wo spawnt die überhaupt? Alter 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 Hach 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 Mach den Baum nicht kaputt Hach 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 Warte ich, ich teleportier dich Ja, oder so Hach 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 Nein Hach da war nichts zu tun, es war so nein oh sorry, so war's auf geht's ich bin nicht gerammt oh scheiße, ich hab nicht aufgeworfen hehehe warum hast du reden, geh mal guck mal hier, ach Leute, es geht gar nicht scheiße guck mal Paddy geh da rein geh aus dem Game Mode und geh da rein du bist im Muck Muck Cube im Bett oh Paddy, was läuft denn da du bist im Creative Mode gut danke ich glaub da war echt noch, da war echt noch ein Blatt ach ich doch sorry sorry, jetzt geht's nur noch nach unten aber nicht ganz nach unten ich hab nicht gesagt, ganz nach unten ich hab nicht gesagt, ganz nach unten doch ganz gut hm ja sehr gut los geht's los geht's ja dahin sehr gut jetzt dahin deine Büro war das knapp ja hoff ich seh nix ja hoff damit sorry warum ist deine Leiter das hab ich mich auch gefragt hey ach ich glaub ich setz dich jetzt Game Mode 2 dann kannst du nix mehr umändern hm kannst du auch nix mehr zerstören jetzt, hopp, jopp nein, Game Mode 2 nein jopp ist nie hm hm ah, Party oh oh Gott hast du denn oh hast du kein Schwert mehr? was hab ich? doch, doch, doch ich will nicht schon wieder die Blätter kaputt machen achso ja die Blätter ist bloß kaputt, weil du im Game Mode warst nein, ich war nicht im Game Mode achso oh ja, ok sehr gut weiter geht's da hin dahin weiter warum du musst gleich weiterspringen jetzt musst du mir sagen ich hab ein Bett lol, woher denn? das lag da unten warum bist du jetzt im Creative Mode? weil ich ein Bett hab oh Gott oh Gott lass mich ich hat der grad drauf geklickt oio gifn's low ha 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 lauf mal oio Jackpot be careful das würdet's uns einige Zeit kosten sehr viel Zeit oh Gott wow, komm mal direkt nochmal eine, Alter ja da oben ist ein Spawner warte mal das sind auch da alles Einzelsprünge das sind auch da alles Einzelsprünge echt? mach mal nee ich hab gedacht da war noch ein Slime neben dir so, leg los what? alter, jetzt krieg ich den Jump Boost das ist voll komisch wenn du da mittendrin den Jump Boost bekommst, Alter ja ja sicher ja sicher alter, was geht ja, bist du hier lol lol, ich bin am spawn hä? hast du nicht auf Checkpoint gezogen? doch eigentlich, warte slash tp mich zu dich